Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ein recht herzliches Willkommen. Folgende Firmen haben es möglich gemacht, dass wir Ihnen die grosse Narrenparade von den drei Rohtalendörfern Rausmu, Grosswangen und Etiswil präsentieren können. Heute in Etiswil, organisiert von der Mockenzunft. Über 50 Nummern haben begeistert. Weniges Wetter, aber richtige Fassnächte kann nichts abhalten, weder Wind, Schnee, noch Rägen. 10 Sitz, weiter ein Teil. Wir wünschen viel Vergnügen. Hollande und Pigro greifen Suismanien. Der Kassenstorprinz Suismanien hat es erkunden. Pigro, Hollande. Der Kassenstorprinz Suismanien hat es wirklich gut gemacht. Der Kassenstorprinz Suisitzer. Die Kasprinz Suisse Zuschauer in Bescheidung. Die Kasprinzute Uhrs Beratet superhero in Bescheidung. Von Seinforien Jackie Hürوج Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Was ich hier mit der Rauchokrachtuhr ankündigen Ein Quartier Bresten in Gsitti Mit der Nummer 60 Musik 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 Nummer 60 ist hier unter dem Motto! Ab das kennt auch die Volle! Sie können jetzt lesen und hören und sehen! Volle hat ein Riesenproblem! Was reicht da denn so? Was ist die Volle-Aktie? Schissen haben sie doch oft bei Volle! Das tut mir jetzt so richtig weh! Ihr Besten Alten wollte es bauen! Jetzt wären sie aber von allen! Alle fertig mit der Nummer 1! Das ist das! Und jetzt wieder weiß! Software-Plus! Das ist das! Hinterland! Konzernhof! Das ist das! Das ist das! Und jetzt wahrscheinlich haben Sie das! Hallo! Auf Wiedersehen. Musik 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 Mit Petrolömer 60 sind wir am Ende des Umzugs. Nur dank folgenden Firmen konnten wir Ihnen die Reportage des Fasnacht-Sundzug Gettiswil zeigen. Ein recht herzliches Dankeschön! Stimme Rundfunk Stimme Rundfunk Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, leider ist es schon wieder vorbei, der Umzug und der Wotterzunge. Bleiben Sie noch nicht an, Zettenswil, besuchen Sie auch unsere Lokalitäten und Restaurants, die grosse Farte geht ab in den Erzweckhallen, bis morgen Morgen früh.